Hallo Leute, willkommen in dieser neuen Video über die Päche des Carnassiers auf Paris Predator Fishing. Also ja, man sieht es jedes Jahr, und jedes Jahr, ich komme hierher, ich liebe es. Wohnzimmer, zäden, 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 ich hoffe, dass wir uns nicht überrascht werden. Wir sind mit Vincent, in Orange, der T-Shirt für Paris Predator Fishing. Ihr könnt uns mal kurz erzählen, was ihr hier bei Paris Predator Fishing machen könnt, weil ihr euch ein Teil der Päche, des Events, etc. Ihr könnt uns das alles erzählen, in der Videobeschreibung. Und dann, Sepp Fishing, ein großer YouTuber de Päche, franzais. Hallo. Ihr könnt ihr seht, Sepp Fishing, Sepp-Fishing? Sepp Fishing. Sepp Espace Fishing? Sepp Espace Fishing. Sepp Espace Fishing. Sepp Espace Fishing. Ich liebe es sich, hier, zum Beispiel, zu testen von neuen Teens. Und dann habe ich eine andere Dinge mit dem Erdbeut empfangen, Sie werden es von der Marke LMA B. Ich habe eine neue neue Säße für diese Tests. Es hat einen wirklichen Jahr nicht die dwellm vein gemacht, aber es gibt noch viele neue Teens, die noch nicht erscheint auf den Markt auf dem unseren Markt. Ich werde euch sehen, und dann wollen wir euch eine gute Nachricht zurückgehen. Wir werden euch ein Maximum gefangen für die Verte batheung. Los geht! Jetzt geht's! Ich bin Big Bait, ich werde die Vibration ein bisschen ändern. Ich werde ein bisschen schauen, aber ich denke, ich will mit dem Drunk Bait, aber in 20 cm. So eine neue Größe von LMAB, neue Größe für den Drunk Bait. Ich liebe den Drunk Bait 16. Ich habe den Drunk Bait 12 und habe eine Tonne von Cendres. Ich werde den Drunk Bait 20. Wir werden sehen, ob der Drunk Bait 20 ist eine gute Leur für den Brochet. Und du, Seb? Ich werde den Drunk Dancer. Das gleiche? Das gleiche? Das gleiche? Das gleiche? Das gleiche? Ja, das gefällt mir. Ich denke, es ist ein Top-Color. Es ist ein bisschen planer, in der Luft. Es ist sehr brillant. Ja, ja. Wir werden ruhig, wir werden versuchen, ob wir auf den Drunk Bait gehen. Das ist ein Kiki. Die Dämpfeuze. Das ist ein Kiki. Das ist ein Kiki. Das ist ein Kiki. Aber es macht Spaß, es ist klar. Au lever du soleil. Aller. Top. Prämise à l'eau. Super. GG, der Sebb. Hallo alle, ich bin Vincent von BHD Fishing. Heute, wir werden uns ein bisschen guider Landry, selbst wenn er auch sehr, sehr gut die Landschaften ist. Ihr kennt es besser als ich. Wir kennen es ein bisschen, aber wir haben jetzt zwei Jahre und ein paar Jahre. Wir kennen es ein bisschen die Landschaften. Wir sind mit Paris Predator Fishing, seit jetzt zwei Wochen. Wir können Sie auf Instagram, um alle Ihre aktualitäten zu sehen. Genau. Instagram ist bhd-fishing. Wir werden die Open Days machen, in Oktober. Das wird cool. Also, ich komme auf die Information des Open Days. Das ist die Zeit organisiert bei Paris Predator Fishing auf ihren Seiten und ihren Plan d'Eau. Ich werde ein Open Days machen. Ich werde ich animieren. Ich werde diese Zeit animieren, mit der BHD, etc. Das wird am 11.04. 2024. Sollte die Zeit. Sollte ich mich zu sehen, oder mich zu sehen, oder mich zu sehen, oder mich zu sehen, bei der BHD, bei der BHD, bei Paris Predator Fishing, bei der BHD, bei der BHD, bei der BHD, das wird möglich sein. Diese Session sind kostenlos. Ihr könntet ihr alle Informationen auf Instagram, Paris Predator Fishing. Es gibt auch die Möglichkeit, zu gewinnen, eine Entritte, zu können, und zu spielen. Das ist das gleiche. Ihr könntet ihr, auf Instagram, Paris Predator Fishing. Ich werde dir in der Videobeschreibung einen direkten Link auf der Videobeschreibung und direkt auf dieses Instagram von Paris Predator Fishing. Und jetzt auf der BHD, wie geht es heute? Wie geht es diese Zeit? Du hast einen besonderen Tag? Ich habe den Drunk Bait. Welche Technik? Der Drunk Bait. Der Drunk Bait. Der Drunk Bait. Ich habe noch nie gesehen, wie das. Das macht es. Das macht es gut. Insofern sind hier und insofern sind es insofern, 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 argentiert. Das ist vielleicht ein sehr guter Weg. Ich denke, das ist ein sehr guter Weg. Du fühlst es gut. Der erste schöne Bebe auf dem Bateau? Wow. Ein schönes Schlag. Du hast den Drunk Bait? Ja, immer den Drunk Bait. Ja, mit der schöne Kuro. Du fühlst es gut. Ja. 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 Wir haben einen 80er Fisch. Wir haben einen 80er Fisch. Ja. 80er Fisch vielleicht. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Jetzt ist es mein turn. Ja. Ich werde mich ein Fisch nehmen. Ja. 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 Ich habe analysiert. Ich habe alles geregelt. Ich habe alles geregelt. Ich habe alles geregelt. Und jetzt werde ich mich abschließen. Ich habe alles geregelt. Ich habe alles geregelt. Ich werde mich mit der Brücke festhalten. Und dann vomme Eijep und dann gehen. Ich habe es sehr lange genommen. 80 vielleicht? Oh ja, das ist der schönste Tag! Das ist ein kleiner Fisch, ein kleiner Fisch! Das ist gut! Das ist gut! Entferung der Saison. Der erste Fisch für mich der Saison. Ich habe sehr wenig Fisch gefangen im Frühstück. Wir sind jetzt in der Frühstück im Frühstück. Der Fisch der Fisch, der beste Moment für Fisch. Für mich ist das Frühstück. Und das ist der erste Fisch der Frühstück. Das ist gut! Mit 20 cm Drunk B. Der Fisch auf dem Tisch. Auf der Entfernung. Super! Wenn du willst. Du hast eine Fisch, wenn du das gesehen hast. Das ist gut! Super! Yes! Das ist der erste Fisch! Das ist der erste Fisch, ein richtiges Fisch! Ich habe Angst, nicht zu spüren. Ich habe Angst, nicht zu spüren. Wollt ihr das? Nein, ich habe es nicht. Das ist ein guter Weg, aber es muss ich den Poißen geben. Das ist es, es ist es, es ist es. Ich habe es zu spüren. Ich habe es zu spüren. Der Problem ist, dass ich sie nicht spüren. Sebe ist mit einem Fischon. Fischon, Fischon, französisch. Fischon, Fischon, Fischon. Nice. Drunkbait. Der kleine. 12 cm. Fischon für Sebe. Er ist sehr schön. Er ist Fusel. Ja, ich kenne es. Ich kenne es französisch. In Hollande, sie sind alle sehr groß. Und in Frankreich, man kann es so sehen. Sebe, tschau. Es ist Zeit für uns, zu ändern. Wir sind die Zeit, die Idyll ist. Wir gehen auf die Palmyre. Wir werden uns mit Jules, der BHD-Bereich befindet. Wir werden uns in vier. Wir werden zwei Bateien machen. Wir werden sehen, die Ergebnisse. Für den Momenten ist es sehr klar. Die Leur und die Mabee funktionieren sehr gut. Die kleine Leur attrapen Fisch. Die große Leur attrapen Fisch. Jusqu' aktuell, ich habe nur mit großen Leur gefangen. Ich habe nur mit großen Leur gefangen. Ich habe nur mit großen Fisch. Das promett. Wir wissen, dass es hier gibt, sehr große Spezien. Es ist wirklich wichtig, zu fangen ein bisschen größer. Wir werden eine schöne Surprise und schöne Trophäe. Auf der comptaar. Wir sehen uns auf der anderen Stamm. Palmyre. Wir sind los. Das ist ja, er ist hier. Jules. Hallo Leute. BHD Fisching. Explique uns in zwei Worten. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit für BHD Fisching. Wir haben alle unsere initiale. BHD, ihr seid drei. Ja, das ist das. Vincent Hollander und Alband Delmonte. BHD A3. Pächer des Karnassiers. Das ist das, genau. Parisiens, alle drei. Genau. Wir können Sie hier auch, mehrere Mal an, für die Animationen. Ja, für die Open Day. Wir werden uns über die Open Dayen diese Jahrzehnte. Wir kommen viele, wir haben eine ganze Zeit für die Karnassiers. Ihr seid da, zu geben, aber auch ... Wir wissen, die Wasserplänen. Wir werden versuchen, zu fangen, zu fangen. und zu fangen. Ja, für alle Menschen, die kommen, aufgrund ihrer Willen, zu empfehlen, zu empfehlen, oder zu fangen, oder zu fangen. Okay, das ist toll. Und die Open Dayen, sind sie eigentlich über Paris Predator Fisching? Ja. Sie kommunizieren auch über Instagram? Ja. Wir machen auch über Instagram. Okay. Wir werden jetzt über die Tempelmere. Wir fortsetzen. Wir haben vier Pächer. Wir werden jetzt vier Pächer. Wir werden uns weiterentwickeln. Ich werde weiterentwickeln. Ich werde immer versuchen, zu fangen, zu fangen. Ich weiß, dass Seb ein bisschen fangen, ein bisschen zu fangen. Du solltest, zu fangen, zu fangen. Ich bin eher Big Bait. Ja, Big Bait. Ja, es gibt viele Pächer. Wir werden ein bisschen auf den Bateen. Wir werden ein bisschen zu fangen. und zu fangen. Wir werden mit uns fangen. Wir werden mit uns Danke. Wir werden mit uns an. Fangen. Fangen. auf den großen Drunk Dancer. auf den Drunk Dancer. Ich glaube, das ist sehr schön. Das ist Das ist direkt im Netz. und das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Und eine schöne Pächer, oder? Okay. 90 hier. Ich habe 23 cm Drunk Dancer und ein zuvor bis zum Bateen. Und hier in einem anderen Ort. Ich mache ihn in Pläne in mit 90 cm. Wenn du willst. Du kannst in Wasser. Du kannst gehen. Das ist massiv. Das ist wieder. Ich mache ihn. Ich mache ihn. Ja. Es ist weniger zuvor. Das ist sehr schön. Ich mache ihn. Das ist sehr schön. Das ist Das ist gut. Das ist 10 Minuten wir haben das mit dem hier im Entfernen. Ich werde es schnell weil es ist warm. Das ist super. Ich mache ihn. Poisson. Ja, er hat mich zwei Mal. Das ist nicht so groß. Ich werde es noch nicht mehr machen. Das ist nicht so großartig. Ich werde es nicht so großartig. Der zweite Fisch für dich dann? Ja, die Palette funktioniert gut. Du hast die Palette? Die Palette funktioniert gut. Du hast die Palette. Ich habe einen mehreren Meter gemacht und ich habe einen von 90. Er hat nicht gesehen, dass er in der Luft ist. Das ist sicher. Er ist in der Bühne. Er hat nicht gesehen. Der erste Pösschen für Jules. Ja, bei 70 noch. Ja. Super. 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 Du willst die Pizze oder nicht? Oh, ein Jump, ein Jump. 60. Du willst eine Pince? Super. Super. Und das war's. Das Video hat es zu Ende. Wir haben noch viele Böscher geschenkt. Wir sind sehr überrascht, weil die Meteor nicht wirklich in unsere Waffe ist. Es ist eine super Meteor, um eine Bronzette zu machen. Aber es war nicht eine super Meteor, um eine Päche zu machen. Das war einst. Wir haben eine halbe Stunde gegessen. Wir haben mehr oder weniger ein paar Pächer rausgezogen. Ein bisschen von ganzen Größen. Wir haben aber auch gesehen, dass ich mit den größten Lörern gefangen habe. Ich glaube, dass ich mit den größten Lörern gefangen habe. Und ich habe auch mit den größten Lörern gefangen. Man kann auch sagen, dass es nicht so ist, dass es, die größten Lörern gefangen hat. Wir kennen uns ein bisschen die Chanson. Wir haben also quasi exklusiv mit Lörern gefangen. Du hast den Drunk Beat Test gekostet und du hast du auf den ganzen Tag gewonnen. Ich habe versucht verschiedene Modellen. Ich liebe den Drunk Dancer mit den beiden Paddle-Tales. Die große Version, die mir ein schönes Fisch gebracht hat. Und ein schönes Fisch verloren. Der zweite Fisch war mehr als 1 m, der ich verloren habe. Und dann habe ich versucht den Drunk Beat 20 cm, ein sehr guter Modell. Das war wie Dab, super. Das war die Pächer, die Pari Predator Fisching. Ich habe nie mehr zufrieden. Ich komme hier, es gibt eine Tuche, es gibt eine Aktion. Wir sind gut, wir sind gut, wir sind gut. Was für mehr? Ihr seid gut, auch? Für die Pächer ist es super. Das ist ein großer Fisch. Es gibt eine Tuche, wir sehen uns auch eine Tuche. Was für mehr als Pächer? Wir sind hier in der Mittwoche. Wir sind hier in der Mittwoche. Aber das wird eine andere Video. Wir werden den Black Bass angeln, weil die Meteor für den Black Bass nicht so wichtig ist, wenn es in der Mittwoche ist. Wir werden auf den Black Bass angeln. Wir bitten Sie zu sehen, die nächste Video auf der Fischstik. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. A la prochaine.